Wenn eine Frau bei der Hajj die Tage bekommt, wie geht sie vor? Sie hat dann die Möglichkeit, nachdem ihre Menstruation ausgesetzt ist, dass sie bestimmte Sachen zusammenzieht und dadurch wird das für sie leichter. Das war's für mich. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020